Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu diesem Info-Video. Ja, ein Info-Video am Freitestigtag. Was ist da los? Das ist hier die Frage, was ist da los? Aber ich kann es begründen. Ähm, ich hatte einfach keine Zeit. Auch ich habe Schule. Und Schule nervt einfach und es ist einfach so. Außerdem ist es immer schwer, wenn man Sketch machen will, aber keiner von meinen Freunden Zeit hat. Weil allein kann man keinen Sketch machen. Das ist scheiße. Aber egal, kommen wir zum Punkt. Ich werde den Upload-Tag wieder ändern. Äh, warum änderst du den Upload-Tag? Das Ganze hat einen Grund und zwar passt er mir einfach nicht. Freitag, dachte ich, wäre ein toller Tag. Ich wusste es natürlich nicht. Äh, ich dachte mir immer gleich Samstag und Sonntag trägt danach. Aber irgendwie ging das nicht. Und deswegen habe ich jetzt einen neuen Upload-Tag. Ich bin gespannt, ob er euch eingefällt. Ich kann es von mir noch nicht ganz beurteilen, dass der für immer bleibt. Aber vorerst will er jetzt, glaube ich, erstmal bleiben. Der Upload-Tag ist... Der nächste Dienstag. Dienstag?! Ja, Dienstag! Dienstag! Ja, Dienstag. Warum Dienstag? Ganz einfach. Es gab ja immer den nächsten Mandel und da hat es echt gut funktioniert. Äh, nun dachte ich mir aber, äh, weil dort bei nächsten Mandel habe ich immer am Samstag gedreht und am Sonntag geschnitten. Oder Freitag auch gedreht. Äh, mittlerweile werde ich das aber so machen, dass ich Freitag und Samstag drehe. Wenn ich noch was nachdrehen muss, auch Sonntag. Und dann habe ich auch noch Montagszeit zum Nachschreiben. Und da tue ich mir einfach leichter. Das ist Fakt. Ich hoffe, euch passt die ganze Scheiße. Drum mir auch sehr leid, dass es jetzt schon wieder Änderungen gibt. Auf jeden Fall noch eine kleine Ankündigung. Denn ab jetzt kommen mehr... Parodien! Falle, die das gerade nicht verstanden haben, ich habe Parodien gesagt. Mehr Parodien! Ja, das Ganze hat den Grund, dass es jetzt mehr Parodien gibt, dass ich in Kooperation mit King Uderzu bin. King Uderzu kennt ihr bestimmt. Ihr ist irgendwo seinen Kanal. Unbedingt abchecken. Der macht richtig fette Beats und kann richtig gut mischen, worin ich ja schlecht bin. Und warum gibt es jetzt mehr Parodien? Weil ich jetzt von zu Hause aus aufnehmen kann und nicht immer zu meinem Cousin fahren muss und so. Und der kann das auch richtig gut. Also freut euch auf mehr Parodien. Jo Leute, das war es heute schon wieder mit dem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt vieles mitnehmen können und so. Ansonsten könnt ihr jetzt weiter nächstes, die gucken. Entweder ihr guckt euch hier das letzte Aston Mark an. Oder ihr guckt euch hier an das neue GTA 5S. Wirdweise hier irgendwo kommt ihr zu King Uderzu unbedingt abcheckt. Und diesen Dienstag gibt schon das neue Video. Also haut rein. Ich wünsche euch eine kranse Woche und wir sehen uns am nächsten Dienstag. Oh, bam! Ciao!